Im heutigen Video zeigen wir euch die Reverse Plank. Und so geht's. Zunächst legt ihr euch mit ausgestreckten Beinen auf den Boden und stützt euch mit den Unterarmen ab. Spanne nun den Rumpf an und bereite dich auf die Bewegung vor. Halte die Beine ausgestreckt und hebe langsam die Hüfte, bis dein Körper von den Füßen über die Knie, die Hüfte, die Wirbelsäule, die Schultern und bis hin zu deinem Kopf eine gerade Linie bildet. Und achtet darauf, den Blusskorb nicht sinken zu lassen und den Oberkörper angespannt zu halten.